Simone Tomala, 57, und Nicolino Hermano wollen ihre Liebe zueinander nicht mehr verstecken. Im vergangenen Monat waren zum ersten Mal Gerüchte aufgekommen, dass die Schauspielerin nach der Trennung von Silvio Heinevetta, 37, wieder in festen Händen sein könnte. Vor wenigen Wochen hatte die gebürtige Leipzigerin die Beziehung zu dem italienischen DJ schließlich im Netz offiziell gemacht. Nun waren Simone und ihr Nicolino zum ersten Mal gemeinsam auf einem Event. Wie Bild berichtet, besuchten die beiden Turteltauben am vergangenen Samstag die Nacktfotoausstellung Benutze mich. Hommage an eine Schönheit, die wohl war im Fokus der Künstlerin Irina von Bonin. In ihrer Privatwohnung stellte die Berlinerin rund 50 Fotos und Kunstwerke von weiblichen Geschlechtsteilen und nackten Brüsten aus. Simone und ihr Liebster schienen sich auf der Fernessage köstlich zu amüsieren. So zeigt eine Aufnahme beispielsweise, wie die 57-Jährige und der Musiker ausgelassen miteinander lachen. Zu ihrem Liebesglück wollte sich die Tatortkommissarin jedoch nicht äußern. Zwischen Nicolino und Simone soll es nach wenigen Wochen allerdings schon recht ernst sein. So soll der 45-Jährige bereits einen Schlüssel zur Wohnung seiner Partnerin besitzen, und sie besonders am Wochenende häufig dort besuchen. Insider aus dem Umfeld des Paares verrieten außerdem, dass die beiden aktuell wie auf Wolke 7 schweben. Sie sind total verknallt, können kaum die Hände voneinander lassen. Geschwindigkeit peek Musik Gesamt Musik Vielen Dank.